Die werden mich blockieren einfach, weil ich die so tot beleidigen werde auf Twitter. Das ist so ein Mülleimer-Verein, Alter. Guck dir die Pässe an. Guck dir die Pässe an, bitte. Guck dir einfach diese Pässe an. Das ist doch ein Witz. Ey! 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 Die ist nur dumm, die Karte. Boah, guck mal bitte, was er für Bälle spielt. Guck mal bitte die Bälle an, die der spielt. Was denn jetzt? Gibt der jetzt Rot? Ey, der gibt Rot. Er gibt Rot für nichts. Guck mal, er gibt Rot. Er gibt Rot! Ey, was soll das denn, ey? Ach, komm, Digga, ist okay. Ja! Digga, krack! Digga, rrrr! Jetzt die Möglichkeit! Oh, Ball gewinnen hätte gefährlich werden können. Wie bitter! Der Ball geht ins eigene Tor! Der Ball! 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 Oh mein Gott! Boah! Man hat eine Döme! Ja, natürlich, aber wenn er den Ball gewinnt, dann bleibt er direkt bei ihm am Fuß. Nee, sehe ich gar nicht ein, die ganze Fotzenscheiße hier. Verficktes Nutten-Game, Dreck-Skript, Hurensöne, die das... Ach so, ach so, ach so. Boah, ich muss irgendwas kaputt schlagen. Ich hoffe, seine scheiß Hurenmutter hat diese verfickte Fotze, die den gezeugt hat, man, mit seinen 70% Ballbesitz. Götzucker. Schaut es euch an, mir geht wieder nicht hin. Ja. Real Talk, da bin ich raus, da bin ich raus, ich quitte, das geb ich mir nicht. Real Talk, das geb ich mir nicht. Oh mein Gott, Hilfe. Ich glaub, das wollte er nicht, das wollte er zu 100% nicht. Es gibt auf jeden Fall Backlupfer-Probleme. Das ist der dritte. Endlich! Oh, das ist doch nicht es, Mops! Endlich! Fickt einfach meinen Kopf mal an, dieses Spiel! So sieht es aus der Tour am Tagesende aus. Das sieht lecker schmecker aus, Chat. Guckt es euch an, da geht mir eine ab. Da geht mir eine ab. Ikone. Ikone! Ikone! Komm! Nein, Obermaß! Aber mit Ansage! Ich habe eine Ikone mit Ansage gezogen. Erste Ikone dieses Jahr auf unserem Kanal. Alisson, ich liebe dich, wirklich. Nicht. Nein, 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 Hilfe, 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 Hilfe! Das ist kein Problem. Gegen, äh... Schau mir das jetzt an. Das ist halt einfach geisteskrank. Ich spiel, ich sehe Radar, der Papier läuft, ich spick ihn einfach. Und Alisson geht einfach drüber. Junge, er geht einfach drüber. Heilige Scheiße. Wallah, ich wäre so sauer, wenn ich mein Gegner wäre. Pfff! Digga. Krankes Tor wieder mit dem Belä. Die Eckballtaktik. Jetzt schießen. Dann ist er noch im Sprint drin und kann den Koffer reinbringen. Eckballtaktik. Der Verteidiger stört ihn. Geil. Lena ist wach. Für dich, für dich habe ich, für dich habe ich schon mal Spieler, er spielt ja, das war das letzte Mal. Komm, sitz ich hier. Ich mach dir eine warme. Selten, ihr Megaset geht auf. Lena, warte, warte, warte. Ich weiß, du bist du. Walkout. Maler. Dennis, Totti, Totti bei Totti. Andranowitsch. Ja, Hauptsache, ich weiß, du bist müde. Komm mit. Ach Gott, dieses Spiel ist so schlecht. Woher? In der 90. Junge. Woher? Ich hab den Ball doch schon wieder 50 Mal. Junge, das Spiel ist so bitter. Sanchez. Boom, Bruder. Oh, Contra, Digga. Boah, Alter. Das ist JJ, Bruder. Das ist JJ, Digga. Komm mal nach hinten. Komm mal nach hinten. Komm, genau. Dien da, Dien da, Dien da. Boah, Baby. Verpiss dich, Alter. Digga, was passiert hier? Aber es gibt halt mehr Schüler, die dann Schwierigkeiten beim Lernen haben, so. Ja, ja, klar. Boah, Alter, steckst du nicht drin. Digga, das ist so krass hell draußen. Ja, ist echt. Das ist richtig krass. Das ist super geil, ne? Ey, du, ah, du Spasti. Aber zu mir ist das nicht so kalt. Du Spasti, ah, du Fotze. Das war klar, dass das von Janikoff. Digga, der kleine Spasti. Du, der Spasti. Ey, ich kann nicht zum Ball laufen, weil es so laggt. Hallo, ihr Wichser von EA. Meine Fresse, Mann. Rolf BVB. Das war auch wieder cheapisch. Der muss wieder BVB-Fan sein, der so schlecht spielen kann. Das war wieder obvious. Rolf. Auch noch ein Boomer. Rolf wieder auf seinen 60-Zoll-Fernseher hier am Schwitzen-Division 1. Mit 5-Sekunden-Delay. Ach, Rolf, ey. Ich höre dich, ja? Ja, ihr hört euch. Mocki, ich möchte dir nicht ans Bein pissen, aber ich sage es dir freundlich. Urteile nicht über andere, sondern erst selber in den Spiegel schauen. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Mann, ist das... Digga, das ist ein Eimer. Dass du jetzt noch einen raushaust, bei dem, was du da gerade abgezogen hast, ist ja kein Wüßgang. Oh mein Gott. Ja, ich bin der Weißgut. Mocki, guck in den Spiegel. Ja, ich bin der Weißgut. Ja, ich bin der Weißgut. Ja, ich bin der Weißgut. Untertitelung des ZDF, 2020